Errungenschaft Auszug Eine Inspiration ist verfügbar Ein letztes Lächeln, bevor ich abreiste Also, wenn die so immer lächelt, dann weiß ich ja auch nicht Die Zukunft wird hören, was ich hörte und sehen, was ich sah Die verlorenen Erinnerungen meiner Mutter schützen meinen Geist vor Krankheiten der Außenwelt Warum ist unser junges Auge jeder Kleinigkeit eine Bedeutung bei Ein altes Getränk, was ich probieren wollte Und die Geschichten von Fremden, die Freunde wurden Zitate, Deko, okay Ah, ja So beginnen wir unsere Geschichte zu schreiben Ich möchte gerne zurück Ach so Ich muss Ach, ist das cool Ich kann mein Journal selbst gestalten Ist das genial Das ist natürlich sehr cool Kann man jetzt ein bisschen kleiner machen Ah, skalieren Ja Danke MRBOARDIE für den Abo im zwölften Monat Hurra Hurra Boa Dengel schon ein ganzes Jahr Hurra Hurra Das ist ja wunderbar Bordi Vielen, vielen lieben Dank für dein Abo Ein Jahr lang schon Rituals Rituals take this grief and give it a shape and a story Filling in this journal is a ritual too But for a loss that hasn't hit us yet Kann ich das noch ein bisschen bearbeiten Ja, kann ich Ah, sehr schön Ich kann das Könnte das hier Ich könnte das hier So Vielleicht Und ich hab hier noch dieses Buch Ich hab Essen Sehr gut Das fühlt sich schon viel länger an Und falls es jemand interessiert Oh, Klatscher Sitzt wieder im Discord So Moment Was war denn hier noch im Chat los? Äh Der Club Leit Kolumbien 220 Kapitän Gustavo Puerte Von Leverkusen aus Ah, cool Sehr schön Ich habe eine Klebstoffsüchtige Und eine notorische Ich kann immer viel fressen Und da ist viel Geil Okay Katzen-Content Was ist passiert? Äh Wir haben Quasi jetzt das Äh Wir haben jetzt diesen Diesen Schutzanhänger Äh Gebaut Und sind jetzt aus unserem Haus draußen Und ich kann Äh Hier Oh Ähm Ich kann mein Ich kann das Journal Was ich schreibe Selbst gestalten Was ich total cool finde So Äh Okay Und jetzt sind wir in der Welt Und werden daraufhin losgelassen Ach Das ist das hier Ah Das ist cool Öffentliche Schlafmusik Das ist ja cool Äh Dorfkarro neue Seite hinzugefügt Lege genügend Andenken ab Um meine Inspiration freizuschalten Ah Sowieso Ich verstehe Aha Ich fülle jetzt also mein Journal Sie kann auch nur gehen Sie kann nicht rennen oder sonst was Ein sehr sehr Entschleunigendes Spiel Und ich nehme alles auf Was ich habe Ich kann mich auch hinhocken Ah Okay Für alle die gerne aufs Klo gehen Es geht jetzt wohl gerade um Geräusche Äh Legen wir das gleich mal an Wir haben hier reichlich Frischwasser Kommt mal da hin Okay Das ist ja ein wildes Konzept Öffentliche Schlafmusik Bei uns würde die GEMA Erst mal eine Unterlassungsklage einreichen Ja Oh das ist cool Warte mal kriege ich das hier so rein Fokus Abstand Ah ich kann Oh nice Ich liebe das Spiel jetzt schon Kann voll den Fokus einstellen Sau cool Foto machen Zoomen Ich wollte eigentlich zoomen Na egal Ich höre doch was Das ist keine Fokus Ich weiß was Das ist geil So cool. Tempo ändern. Ah, jetzt kann ich rennen. Okay. You mark the day. Okay, Dr. Fumio cured memory excess. Okay. Filter? Ich kann Filter drauflegen? Okay, ich hab's hier noch nicht. Ich hab noch keine Filter. Oh mein Gott, ich kann rennen. Dr. Fumio. Okay, wer war Dr. Fumio? Ist quasi eine andere. Ah, schieße Fotos und zeichne Ton auf, um die Antwort zu finden. Einen von, ach so, ich verstehe. Warte, das ist wie ein Sammelalbum. Ist das cool? Ich feier's total. René! René! Es ist wieder an der Zeit. Scheißegal, ob ihr auf Wasser seid. Endlich wird die Biele wieder nasser. Und ich sehe, was ich, ich sehe, was ich, äh, noch alles, was mir noch alles fehlt. Ah, cool. Deko. Mir fehlt der... Ach so, warte! Zugvögel, Frischwasser. Ich muss davon auch Fotos machen. Es sind drei Murale, die Dr. Fumio's Arbeit erzielen. Was ist das? Florale Heilmittel. Entdecken Sie Rezepte für Heilpflanzen von Dr. Fumio? Okay. Wir haben gelernt, wie Kuro's Formalitäten von der Außenwelt, obwohl sie lange weg sind. Es ist nur Tradition. Muss ich jetzt hier alles... Es ist ja wie Pokémon... Äh, wie heißt... Wie hieß das Pokémon... Dieses Pokémon-Fotospiel? Ich bin voll der Tourist. Mein Name ist Zweiblum. Ja, Pokémon Snap! Genau! Es ist ja saugeil. Hier kann ich den Fokus einstellen. Ah, so. Jetzt müssen wir noch von diesem komischen Nachtmusikgerät ein Foto machen. Äh, ich kann mich hinhocken. Ah. Ja, dann doch vielleicht eher so. Läuft. Sehr schön. Hallo! Hahaha. So, ich kann jetzt hier wieder Sachen einbauen. Äh, andenken. Genau, hier. Andenken. Nein, ich werfe das Andenken doch nicht weg. So, nimm ich... Hier, das kann man jetzt nämlich alles schön... Und jetzt kann ich das hier dann drüberlegen. Okay, ich habe wohl genug gefunden, um... weiterzumachen. Aber es gibt doch so viel zum Entdecken. Neuer Stempel und Ende freigeschaltet. Oh, cool. Äh, nein, ich will meinen Journal weitermachen. Alle Nebenpics machen! Ich bin dabei, ich bin dabei. Okay. Ah, cool. Das ist ein Stempel. Für Krankheiten aus der Außenwelt. Zugvögel, die sich im Baum unterhalten. Warte mal, das hier ist Heilmittel. Machen wir ein bisschen kleiner. Oh Gott, ich werde so viel Zeit in diesem Spiel verbringen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Äh, skalieren. Drehen. Drehen. Oh, what? Ich kann es drehen. Ich kann es drehen. Wie geil ist das denn? Ich liebe es jetzt schon! Äh, das mit der Schlafmusik. Machen wir mal ein bisschen. Aha. Jetzt wird es richtig kreativ hier. So. Nice. Nice. Ja, das ist zu hoch. Oder man stellt es daneben. So, sehr gut. So, vielleicht. Unterschiedliche Enden. Mega. Ja, ich bin gerade total begeistert. Äh, was fehlt mir? Ich habe den Baum gemacht. Okay. Schauen wir mal, was haben wir. Kann ich die Zugvögel im Baum fotografieren? Genau das Richtige haben zum Runterkommen. Ja. Super. Kriege ich so einen Zugvogel auf die Linse? Cheap, Cheap. Ist ja echt wie in... ...Pokémon Snap. Du bist kein Vogel. Äh... Warte mal. Sind hier diese Zugvögel? Hallo! Hat hier mal jemand einen Zugvogel gesehen? Ein Wunsch fiel vom Baum. Ein Wunsch fiel vom Baum. Hm. Ich hoffe, sie kommt zurück und sagt Allen, dass es sicher ist. Ja? Ich kann ein bisschen gegen die Tradition ein bisschen für Prosterität gehen. Für die Nachwelt darf ich gegen die Regeln verstoßen. Oh, Essen! Äh, nein. Das war das Falsche. Was genau passiert bei Wunschkonzert? Ich frage für einen Freund. In Absprache mit mir werde ich ein Spiel spielen. Essen. Einen Stream lang. Mindestens einen Stream lang. Wo ist denn dieser Vogel? Wo war's das? Alles fotografieren. Ich bin Tourist. So, wo ist der Vogel? Ich hab doch einen Vogel. Wo ist er denn nur? Ich hör ihn doch. Jeep? Audi-Rekorde. Ach, ich hör wieder was. Ach, das ist dieses Gerät. Das hab ich schon gesehen. Es ist etwas wehrendes über ein Instrument, das sich selbst spielt. Aber Windchimes sind nicht wehrende. Ein Windspiel. Ein Windspiel, welches selbst spielt. Sehr, sehr coole Idee. Wie so ein Leierkasten. Wie so ein Leierkasten. Den Vogel finde ich noch. Und wenn es das letzte ist, was ich tue. Bist du der Vogel? Nee, du bist ein Band, das im Baum hängt. Oder? Bist du ein Vögelchen? Nee, das Geräusch kommt links von mir. Ich hör den Vogel. Ich hör ihn auch. Ich find ihn noch. Ich hab jetzt noch was gefunden. Goodbye, Caro. The fish in the sky. Da oben flog einer. Okay, ich schau dir mal nach oben. Patay! Jetzt weiß ich, wie er ausgesprochen wird. Patay! Es ist nicht Tapay! Es ist Patay! Was? Rest in Pieces, Dr. Fumio. Dream Sickness, Dream Zone. Dr. Fumio gestorben? Ja, ich kann das doch nicht sprechen. Ich bin doch sprachlich unbegabt. Dr. Fumio heilte nie die Traumkrankheit. Ich bin Tourist. Ruhe in Frieden. Die Traumkrankheit träumt weiter. Ja. Das haben wir angeschaut. This is the cafe where my dad used to read his poems. Mhm. You have one for me. Maybe he wrote it for you too. Okay. Alter, es gibt so viel zum Entdecken. So, wo war hier ein Vogel? Da ist ein Schmetterling. Ist das da oben? Nee, das ist ein Band. Das ist ein Band. Cheap. Ich kann da hinten einen Vogel fotografieren. Aber hier in den Baum sitzt doch auch einer irgendwo. Der Entwickler wird sich denken. Hahaha, der Depp sucht den Vogel. Dabei gibt es da gar keinen. Ja, da hinten fliegen eine Menge rum. Oh, die Nummer mit... Oh, warte mal. Kriege ich bestimmt schön hin. Oder irgendwo am Dach. Ja, könnte ich auch gucken. Ah, da sieht man sie nicht mehr. Oder irgendwo am Dach. Da fliegen auch einige. Well. Ähm. Wenn ich ein Vögelchen wär. Bird, 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 bird. Bird is a bird. Bird is a bird. See, wir verstehen uns. Hier schauen wir uns... Wo macht das Cheap? Das kleine Küken piept. 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 Das sind Bände. Ist doch gerade was geflautert. Ja. Das war wahrscheinlich der Schmetterling. Nein, ich will ins Journal. Ich will ins Journal. Journal, Journal, Journal. So. Oh Gott, so viel. Das riecht wie in Zimt getauchte Zähne. Aber das habe ich doch fotografiert. Fehlt der Bau... Fehlt das Ding in der Totale noch oder wie? Noch mal noch ein Foto von. Ich glaube, besser kriege ich es nicht hin. Oh. Warte mal. Aber da könnte ich... Gefällt mir eigentlich das hier besser. Können wir das entsorgen? Ach nee, warte mal. War das nicht was anderes? Nee, das war schon das gleiche. Kann ich umblättern? Würde gerne umblättern. Aber was von den Sachen ist jetzt wichtig? Alter, so viel. Krass. Drei Wandgemälde fälligen seine Arbeit. Hier. Audio. Okay. Dann hier noch zwei Gemälde. Da haben wir noch das Whip Dr. Fumio. Dann ist hier noch eine Statue. Und noch ein Bild. Okay. Da ist die Statue. 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 Untertitelung des ZDF, 2020